Hallo allerseits, El Pimpompier und willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Video. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, ich habe jetzt hier viel besteres Licht, also schon mal ein weniger Bildrauschen, wäre nice, bezüglich den Bart, ich glaube, das kann man glaube ich wieder zeigen. Ist wieder genug nachgewachsen. Und ja, wie ich es ja beim Videotitel geschrieben habe, ich habe jetzt auch eine bessere Kamera. Ich würde sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei und wechseln gleich zur Kamera. Moshu, mach den Übergang. Bombs! Very nice. Und sogar 50 FPS. Was stelle ich vor, neben 50 FPS, gibt es auch noch eine bessere Bildqualität. Und, was ich hier bei diesem Ding auch machen kann, gehen wir jetzt zu meinem P8 hier, ist folgendes. Very nice. Very nice auf jeden Fall. Und was ich mir auch noch geholt habe, ist hier folgendes. Ein Stativ. Krasser Boy. Aber ja, damit werden die Unboxing-Videos jetzt auf jeden Fall sehr viel angenehmer sein. Und ich sehe gerade, wir haben an Hashtag Quartibomben nur zwei Fragen. Geil. Also ich glaube, ohne das Lösen vom Cube wird das Video wahrscheinlich nicht mal zwei Minuten gehen. Also Leute, falls ihr noch Fragen habt, die wir in der neuesten Hashtag Quartibomben-Folge stellen, damit das Video auch nicht zu kurz wird. Ich meine, das wollen wir alle nicht. Aber jo, das war schon mit meinem kurzen Infovideo. Wie gesagt, ich wollte es ziemlich kurz halten. Einfach bekannt geben, ich habe jetzt endlich viel besseres Licht, was ziemlich hell ist. Ich hätte nicht reinschauen sollen. Oh, natürlich hier das Stativ. Deswegen, ja. Finde nur noch die Elgato und dann bin ich komplett für YouTube gerüstet. Also das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. See you. Bis zum nächsten Mal. Mach' materia PLAYING. Vielen Dank.